Die Nominierung des ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen als Bundestagskandidat für die CDU stößt parteiintern auf Kritik. Vorstandsmitglied Brien bezeichnete Maaßen als eine Randfigur im politischen Spektrum, mit dem die meisten Christdemokraten wenig gemein hätten. Auch CDU-Generalsekretär Ziemiak forderte Maaßen zu einer klaren Abgrenzung von der AfD auf. Maaßen war gestern von der CDU Südthüringen zum Kandidaten nominiert worden.